Ich sehe sehr häufig bei Kameraaufnahmen, dass Personengesichter mittig und zentriert gefilmt werden. Wenn ich das wie hier vor einem Greenscreen mache, habe ich die Möglichkeit, das einfach zu korrigieren. Ich schalte dazu ein Drittelraster an. Das habe ich als Datei erstellt, die ich Ihnen auch als Download zur Verfügung stelle. Und Sie sehen, dort, wo sich die Linien kreuzen, sind sogenannte Hotspots. Und jetzt schiebe ich einfach meine Greenscreen-Aufnahme so hin, dass sie passt. Falls das nicht genau der Fall ist, nehme ich einfach die Cursor-Tasten und positioniere jetzt die Augen genau auf der einen Linie. Und habe dann eine deutlich bessere Darstellung. Sieht wesentlich spannender aus, als wenn die Person genau mitte- und zentriert dargestellt wird. Das kann man übrigens in vielen Handys schon direkt bei der Kameraaufnahme einschalten. Dann sieht man schon während der Aufnahme, wie man die Person am günstigsten positioniert. Dann sieht man schon direkt bei der Kameraaufnahme einschalten.